Hallo Leute, heute ein Video über ein Mädchen und darum geht es jetzt um die Hack hier. Ihr seid ja so naps und müsst hacken. Die Wichser sollten auch kommentieren. Ihr seid ja voll im Lieb, aber ihr seid ja für die Mutterficker. Fickt euch ins Knie, hier im Heck, ihr Wichser. Viel Spaß beim Ficken. Guckt mir mal ein Video zu. Wenn ihr durch das Video jetzt fast dich sieht, hast du Pech. Das mache ich auch mal Scheiße. Guckt euch auch mal Spiegel, seht ihr Wichser da? Oh, fuck. Wenn ich jetzt Bannatme, ey, ich schwöre, ich kitzel richtig aus. Weil ich hab noch nie Wann gehabt und kitzel aus der Gange. Gott sei Dank, Alter, ich hab schon richtig Panik gehabt. Naja, egal. Habt ihr ja gesehen. Ich bin Mist gezogen. Mit all so einem Hohensens. All dem Shopper. Nack-Hohensens. Bastard. Ich bin so gestresst, weil ich grad so ein Video, ein nice Video gemacht hab. So richtig nice. Hab alles über mich geredet. Und auf einmal hab ich nicht mal aufgenommen. Ich könnte mich jetzt tot schlagen. Ich mach jetzt ein fucking Scheiß. Motherfucker Video. Und kommentiert die Wichser. Wir kommen Screens angespannen. Und. Oh, das sind die M bekommen, die Leute. Da hab ich den gekillt. Der ist im Account. Der ist ja gekillt. Der ist in den Account. Der irgendwo in die Kette gehen. Sunrise war das, dieser Motherfucker. Motherfucker. Na ja. Ich krieg da ins Knie und schau. Sorry, dass ich beleidigt hab. Ich bin gestresst. Hab ja grad gesagt. Aufnahmen. Sonst musst du hier aufmachen. Ciao.